Servus hier wieder mal an diesem sonnigen Tag zwischen Doranach und der Schumpeterstraße. Ja, viele von euch können sich wahrscheinlich noch erinnern an das angefangene Format ohne Werbung. Da kommt ja alle halbe Jahr mal ein Video und jetzt ist es wieder soweit. Ja, die Straßenbahn Nummer 88 hat jetzt die neue Freistädter Bierwerbung oben, die Nummer 15 daher nicht mehr und jetzt wird sie dem Moment dann von der Schumpeterstraße auskommen und wieder in Richtung Stadt fahren. Ja, das heißt wieder eine Flex City Reiche mit Werbung, wieder ein Situaner Ärmer mit Werbung. Naja, wo soll das noch hinführen? So, das war's jetzt schon wieder. Gut, dann sehen wir uns in diesem Format wieder in 30 Jahren. Bis dahin eine Stunde.